moin leute jetzt kommen zu einer neuen ja zu einer neuen folge und zur ersten folge von cod cold war das ist ja auch beta die ich jetzt spiele ja also was soll ich sagen also spielgefühl okay kann man machen das ist jetzt gefühlt aus wie star wars wenn man so nachdenkt was soll ich dazu noch sagen spiel waffentechnisch und so geht ja auch mal besser geht auch schlechter die ziele 40 reicht runden schafft bräuchte ich theoretisch nicht immer vordergriff perfekt ja also kultur hallo ich habe zwei runden gespielt zwei runden habe ich gespielt ja hat schon spaß gemacht hat schon spaß gemacht ich würde gerne jetzt essen weiter links war einer ok halbzeit ok 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 gut 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 dann durch rein habe ich gehört ab zu hat keiner bock irgendwie auf war deswegen gehe ich ich war jemand kurz nein 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 man ja es hat mich gesehen ja meine frasse kämpft ja da oder was ok ok natürlich Ich Come back Ja, ja Wow B ist fast unmöglich zu bekommen Da kommt noch einer Napalm, gar kein Bock Ja, natürlich Wieso ich schon wieder Drecks Napalmangriff Können doch sofort Palmen runterfallen Ich werfe eine Splittergranate Na Level 9, okay Draufkiller, naja, lübt mich nicht Na Scheiße Sieht jetzt nicht so geil aus Ach, Digga, nee Bitte nicht Ja Ja Ja, ich will das sehen Ja, okay Da war noch hinter Jo, was kämpft der bei A Digga, was kämpft der bei A Geil, danke Gehen Gar kein Bock Kurze mal in Deckung Ich habe auf den Boden geschossen, ich idiot Ah, den Satz mit X war wohl nix Ach, da noch weiß dran, ja geil Natürlich So ein Bastard Geht Geht Das geht einfach Ah Wait Okay Das war so klar, dass ich mich jemanden Toxic nennt Gefühlt jeder Spaß heißt schon wie das Toxic Gar kein Bock Ja, geil, also Das Game ist leicht laut Könnte ich auch mal einstellen Mach ich aber nicht Das soll Ohrenkrebs sein So, suchen, bitte Dann spielen wir noch ne Runde Geil Meine Waffe Geil, ich kann nix draufpacken Vielleicht wirklich, ist halt nix, okay Das ist irgendeinem Grund, kann ich nix wehen Geil, also ich kann nix machen Da kann ich mich bei dem Game bedanken Dass ich nix machen kann Ja, also Wenn es jetzt lädt, dann warte ich mal kurz Der Spielbeitritt steht da oben Wenn es mich in einer Minute nix reinpackt Das ist scheiße Ja, gut Jetzt hab ich nen Grund, warum ich das Spiel hassen soll Vielleicht Hallo Game Ja, Fehler Ich feier doch lieber so ein Visier Wendungsdämpfer glaube ich, oder? Das hier Ah, okay Man kann nur Okay Ich dachte schon, die haben es auch so Die haben es hier auch weggenommen Dass man nicht nur fünf nehmen darf Kontrolle Ja, die Map habe ich schon mal gespielt Kontrolle Ich glaube, ich weiß, was das für ein Modus ist Ich find's geil, dass das angezeigt, wie die Map aussieht So Also die So die einen oder anderen Stellen Finde ich geil, dass das so ange Gemacht wurde Weil soweit ich mich erinnern kann, wurde Wurde es früher Immer nur alles Immer das gleiche angezeigt Also ein Bild Ein ganzes Bild von der Map Und dann rechts die Karte dann Aber sonst nix Deswegen Es ist mal interessant hier Dass ich so Dass sie sowas gemacht haben Laser wird auch was Verteidigt alle Zonen Eija Den Modus kenne ich gar nicht Haben wir nur ein Leben oder was? Äh Sie nehmen Bravo Yo Ne, ne, ne Nein Hat er den Sniper? Ja Was hat der für ein Aim? Ja Natürlich Was soll das sein? Wir verlieren B Ob man das noch Aim nennen kann Oder ein fucking Bot Wie der einfach schon vor mir steht Ist auch schon wieder zu kotzen Dass ich nicht mehr schießen konnte Sie haben B eingenommen Der Feind hat Boden gut gemacht Verteidigt unsere letzte Zone Was ist Hä Also ich verstehe den Modus Grad nicht so richtig Hm Ich höre nichts Okay Jetzt höre ich wieder Ist nochmal Meine Schüsse sind irgendwie blau Na Kann man ja schwierig treffen Nur den Kopf Seinen Drecks Kopf kann man halt gar nicht treffen Ich glaube ich verstehe sogar den Modus Wir müssen A verteidigen Und ja Der Feind hat kein Leben mehr Setze den Druck auf Und wir müssen gekehen Und es bleiben nur noch Sekunden Macht Druck Macht Druck Zwei-fach-serie Okay Ich hab verhämt Aber Hi Das war der beste Moment Drei Kills Ja Jetzt müssen wir zwei Ziele erobern Gar kein Bock Nehmt alle Zonen ein Als SSB hätte ich gesagt Ob es gut für meine Gesundheit ist Ist die andere Sache Okay Wir liegen in Führung Wir haben Ich bin gestorben Geil Kann ich die Logik verstehen? Wir erobern B Drei Zwei Oh Digger Ne Feindlich ist Zwei Feindlich ist Okay das Mit dem Sprinten Ist nicht so richtig Sorry wenn ich jetzt zu viel nicht rede Ich bin zu konzentriert Gerade Oh Ja ich schieße 6-6 Okay ist okay sogar Werfe Splittergranate Ein Lenker doch Ich dachte schon Ich habe den Kill noch irgendwie bekommen Wie auch immer Aber egal Die Runde müsste gewonnen sein Wir nehmen A ein Die Runde muss gewonnen sein Aua Keine Wiederbeleuung mehr Geil Das wird was Aua Nein Der kommt sogar auch noch Ja scheiße Nice Zwei gegen eins Ja also er hat verkackt Schade 1-1 Renn doch Der hätte einfach erobern sollen Vielleicht hätte es Vielleicht würde es noch gehen Wir schlagen sie nächstes Mal Also so ein gespielt von dem Finde ich Ich dachte schon Die Granate killt jemanden Das wärs wenn wir mit der Granate Jemanden gekillt hätte So Verteidigt alle Zonen Gehen wir mal zu B Versuche ich es mal zu verteidigen Safe verkacke ich aber No risk no fun Rechtsmikrofon ist eingeschaltet Feindliche Streitkräfte erobern B Ach da ist auch jemand Der kämpft da so richtig komisch Nee Feindliches Spionageflugzeug im Anflug Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt Das ist unsere letzte Zone Verteidigt sich Wieso kann ich mich nicht hinlegen Mann Es ist immer zu kurz Wenn man sich nicht hinlegen kann Oh dergern den Werfen Betäubungskana Aua Natürlich Was hat der mit dem für ein Aim Also ich fühl mich leicht verarscht in dem Game Wir kämpfen um Alpha Ach Digger Nee Auf einmal Auf einmal Na Nee Gar kein Bock Wie der da kämpft Wie der da kämpft Jetzt weiß ich wieso ich nie COD wieder gekauft habe Außer Ghost Weil jeder an irgendeiner scheiß Ecke Ding kämpft Ach der Ich dachte der wäre vorbei Wieder zurück gelaufen Die Missionszeit läuft ab Die Missionszeit läuft ab Gar kein Bock Feindliche Fernlenkladung entdeckt Spionage Flugzeug im Einsatzgebiet Wir haben Augen in der Luft Wir sind vorbei gezogen Okay haben wir Puh Macht euch bereit für einen neuen Einsatz Okay Aua Und weiter Wow Die Zeige ist Entspannend Ja okay Zwei Eins Los Ja jetzt gewinnen Einfach Einfach beides zaubern Einfach beides zaubern Mach ich denn auch den Trick von den Gegnern Wir übernehmen die Kontrolle Okay Drehe dich um Hinter dir ist gleich was Okay Überlebt was hat er denn davon die ganze zeit kämpfen deswegen hasse ich camper über alles ja was hat er für ein aim mit der sniper natürlich der fühlt sich spiel ich gegen hacker ich wurde ja natürlich von ihm okay ja ich müsste halt mehrere killstorm machen dann hätte ich ja die artillerie scheiße wieso kann ich nicht drauf macht ja gar keinen sinn ich bin richtig in die granate reingesleidet gut für uns dass die feinde kein leben haben schlecht für die aber wir verrecken eh gleich der ist am anderen ende natürlich gut das war's mit der folge von cd kultur ob beta aber bei den snipern denke ich mir irgendwie die hecken gefühlt weil so präzise zu treffen so die ganze zeit das geht einfach gefühlt nicht und der eine ist ja noch bei mir rübergeslidet auf mich und hat dann in dem moment wurde er auf mir war geschossen keine ahnung habe ich nicht verstanden hoffentlich hat euch dieses video gefallen bewerten wir schön unseren dreck egal hoffentlich hat es euch gefallen bis zum nächsten mal und tschüss bis dann 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 bis